ZOMBIE Nein, das habe ich noch nicht gewusst, also Info für euch So, und jetzt starten wir beim Spiel Wir konnten zur ersten Stufe, also leichte Schwierigkeitsstufe, wir haben auf normalen Schwierigkeiten Aber als erste Stufe konnten wir zwischen 4 Nets aufnehmen Also ich habe das am Freitag, also das Spiel bekommen habe mit irgendeinem random online gezockt Und wir sind nach der zweiten Runde verreckt Also ich glaube es ist so wie das in MW3 So zumindest ausgesehen, es waren wieder so Kisten, die rumgestanden sind und so Aber sonst, es war nicht voll merkwürdig, weil irgendwie, keine Ahnung Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen Ja, du wirst schon sehen Alles klar Nehme ich überhaupt auf? Ja, nehm ich, oh scheiß So perfekt Leichter Exo, warte Perfekt Was machst du? Langsamste Klasse Verlässt hat dann Boost-Fähigkeiten Normale Bewegung eingeschränkt wurde Ich nehme Spezialisten Dann nehme ich den Schwer, ne? 3, 2, 1 Oh mein Gott, ich habe vergessen, synchronisieren Ja, warte, man kann... Hey, ich habe ne Shotgun und ne PW Ich habe den schweren Schau mich an, schau mich an, bin ich cool? Nein Hey So, wo müssen wir? Da ist irgendwas Ich glaube hier kann man das switchen Exo-Verbesserung, Exo-Klasse Exo-Klasse, ah ja, das kann man Ah, jetzt habe ich hier die... Ich nehme auch den Spezialisten Oh mein Gott, was ist das? Hallo? Boah Boah Das ist einfach die ganze... Achso, hier kann man die ganze... Hallo? Opa la fuck, ich bin Shotgun Warte, warte, okay, jetzt müssen wir ein bisschen... Hallo? Warte mal Kommst du bitte? Von der Seite? Junge Das lassen wir drin, das lassen wir drin, komm, warte mal Oh mein Gott Oh mein Gott Nein Komm, lassen wir drin, start gleich neu Finde ich gut Ist das jetzt ein neuer Part? Nein, nein, wir lassen uns jetzt drin 39 Sekunden haben wir überlebt Komm, das lassen wir drin und jetzt start einfach neu Okay, okay Also, start nächste Runde Nein, 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 let's go Dann kann ich jetzt auch synchronisizen Also Leute, hier der erste Versuch, wir haben noch immer keine Ahnung wo wo es geht Ja, du hättest theoretisch auch mit meiner Stimme synchroniszen können Du weißt aber, unsere beiden Toren schon eher von einer synchroniszen Ja, aber da verlass ich mich nicht drauf Weil dann sind unsere, weißt du ja, dann sind unsere Totalident, weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Advanced Warfare Bastet COD Hm Wahrscheinlich Wir müssen jetzt dazu sagen, wir haben gerade eben den geilsten Online-Modus Nein, das sagst du nicht! Das tut nicht Dann fucken alle ab dort 13 12 11 10 9 8 8 7 6 Unterhose Aber ich will keine Scheiß Shotgun, Alter Ja, ja, das war ich, ich hab die Schnelle genommen Also die allererste Mega am schnellsten unterwegs Ich nehm den schweren Exo Oh mein Gott, Alter Okay, jetzt sollten wir uns aber ordentlich Wo spawnen die Leute? Keine Ahnung Hier kommt er Hier kommt er Habe einer Habe einer Habe zwei Ich hab, ich hab, ich hab ein unbegrenzt Muni, das ist ganz geil Echt? Ich habe diese, diese super Laserwaffe Hinter dir, hinter dir Fast perfekter Hast du alle? Munitionsnachschub Vorratsabwurf gleich Rund, oh Oh, Schleffekt Exo-Verbesserung, Exo-Fähigkeit Ach so, da kann man so die verschiedenen Sachen machen Punkt ist ja eine Verbesserung Werner Dome, doch Werner Dome, doch Werner Dome, doch Werner Dome, doch Werner Dome Werner Dome Werner Dome Werner Dome Werner Dome Punkt ist, da war es, darüber Ja, ja Nur 17 Sekunden Er kommt rüber Nein Ah, hier haben wir Waffen, Pistolen Ah, okay, passt perfekt, da kann ich aber alles kaufen Gut, wenn wir noch Das ist geil Das ist geil Ja Okay, okay So, let's go Ich habe meine Drohne rausgekriegt Weil die laden sich eh wieder auf Wirklich? Ja, ja, die Dickelschutz leiden sich ja auch Dann mache ich einen Goliath Ah, warte, bleiben wir lieber zusammen Das geht sonst sicher nicht gut Ah Da Ich bin einfach so schnell, wie wir gerade zu weit kommen Alter, ich Alter, ich Oh Ich bin viel zu langsam mit dem Schick, was ich hier habe Warum mir rennt's Mund, ist schon verdammt Oh mein Gott, Alter Wenn wir auf einmal gut sind Na ja, gut Warte Achso, hier habe ich jetzt einen Goliath Kann ich den jetzt anziehen, oder was? Mal schauen, wie mache ich das? Was? Oh, lol Das ist so übelsteig Wie bist du, wie hindert ist das geil, das gerade Ich starte, okay Macht doppel-doppel-x Sammelwund Hä, was ist das? Nein, das bin ich jetzt falsch Markensammeln, da bekommen wir vielleicht so, das sind so Punkte oder sowas So Oh mein Gott, und mit diesem Goliath kann ich einfach nicht über nichts rüberspringen Super Das heißt, ich werde diese, ich habe eine Marke gesammelt Das heißt, es liegt wieder mal am Boss Oh mein Gott, es sind noch, es sind noch Feinde Nicht gewusst Nein, ich habe gedacht, es sind nur Marken Dachte ich am Anfang auch diesen ersten Gegner gesehen, der Vorrat hat so Für Belohnungsauswahl Hier ist auch irgendein Vorrat, aber das kann ich nicht nehmen, weil ich im Goliath drin sitze Wir haben Warbird bekommen Geile Scheiße Warte, dann hole ich es mir Ich habe keine Munde mehr Ich habe keine Munde mehr in der Bühne Was ist da drinnen? Wessen? Killstools So, ich habe jetzt drei verschiedene Killstools mitgesen Warte, kill war noch nicht alles, versuchen wir alles Marken anzusehen Was? Hä? Hä? Was hast du, also dein Ding sei abgelaufen, Distrikt Ach so Bleib dann nicht ewig Ah, dann bin ich in den Zuschau-Modus-Polze Also kill den letzten nicht, kill den nicht Ist das der letzte? Ich glaube, ich will den nicht Feinde übrig, drei Warte, warte, Zielfortschritt Einer noch End, perfekt Ich brauche eine andere Waffe für jeden Fall statt der Pistel So Ich muss auch nur Munition holen Warffän, ich kann nur nichts kaufen, Alter Doch du kannst die BAL holen Hunde Aufpassen Hunde Das klingt natürlich super Warte mal, ähm Soll ich die Trick schon rausfangen? Alter, komm, können wir bitte zusammenbleiben? Ja, ich bin bei dir Ja, wir müssen uns irgendeinen... Oh mein Gott, wir müssen uns irgendeinen krassen Raum suchen Da geht das echt nicht Oh mein Gott, oh mein Gott, scheiß Hunde Ich spiele auch gar nicht auf Business Oh mein Gott, wir haben so kein System Fuck, ich bin in Warbird reingangt Ich beschütz mich, beschütz mich Was? Bist du behindert? Ich wollte die Drohne einsetzen Alter, die haben uns echt ins Hirn geschissen Das ist unglaublich Oh, der wird schon ausgebildet Oh mein Gott, ich kann nicht so drauf Ja, wo sind die Gegners? Jetzt sind keine mehr übrig Es ist aus, die Runde Hol die Vorräte Jo Soll ich Drohne, Bombardierung oder Fernlenkeschütz? Wurscht Der Lenkeschütz wird nicht mehr Drohne? Ja, Drohne sich Was soll das andere? Perfekt Nein, ich habe mir dieses Mal einen Punkt genommen MP Waffenalter Acker 12 Acker 12 müssen wir nicht mehr als Feind Drohnen im Luftraum in der Nähe Augen nach oben Feind Drohnen Einheiten Schwere Waffen Schwere Waffen Ich nehme mit diese hier Geile Scheiße Ah, die sind One-Head Wer? Diese Dinger Diese Dinger, die du kluft bist Aber die machen gut Schaden Echt? Okay Yes, perfekt Yes So, warte Jop Jop Jo Ja Jo 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 Bis zum nächsten Mal.